Willkommen bei der Testfabrik. In diesem Video erfährst du, welche drei Dampfgarer auf einfache Weise schonendes und gesundes Essen für dich und deine Familie zubereiten. Unser Qualitätssieger ist der Stöckli-Steamer. Dieser schweizerische Dampfgarer kostet deutlich mehr als unsere anderen beiden Modelle. Dafür bekommst du einen hochwertigen Dampfgarer, der sehr edel aussieht. Damit kannst du diesen auch direkt auf dem Esstisch nutzen, zum Beispiel zum Warmhalten der Gerichte. Die beiden Aufsätze bestehen aus pflegeleichtem, massivem Edelstahl und rechtfertigen den Preis im Vergleich zu den meisten Kunststoffdämpfern. Auch der Flüssigkeitsbehälfte hat eine spezielle Beschichtung, sodass du nicht nur mit Wasser, sondern auch mit Fonds oder Soßen dämpfen kannst, wodurch das Essen ein besonderes Aroma erhält. Eine programmierbare Zeitschaltuhr ist selbstverständlich ebenfalls integriert. Die Kunden bewerten den Stöckli-Steamer mit 4,6 Sternen. Den besten Preis findest du in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Als Alternative empfehlen wir den Braun FS20 Dampfgarer. Dieser kostet lediglich ein Viertel des Stöcklis. Dafür bestehen die Dampfkörper aus Kunststoff. Diese fassten jeweils 3,1 Liter, was für eine Mahlzeit für 4 Leute ausreicht. Ein Dampfbeschleuniger sorgt dafür, dass das Dampfen bereits nach wenigen Sekunden beginnt, sodass man nicht lange warten muss, bis das Wasser kocht. Eine einfache Drehzeitschaltuhr ist ebenfalls integriert. Die Kunden bewerten den Braun FS20 Dampfgarer mit 4,6 Sternen. Unser Preis-Leistungssieger ist der Clatronic DG 3547 Dampfgarer. Dieser kostet fast schon gar nichts, wenn man bedenkt, was man dafür bekommt. Eine hochwertig wirkende Edelstahlbasis, Überhitzungsstutz und 3 Dampfetagen bietet der Clatronic Dampfgarer. Der Elektrothimer lässt sich bis zu 12 Stunden im Voraus programmieren. Insgesamt 6 Liter fassen die 3 Dampfkörbe. Für das gelegentliche Dämpfen kann man mit dem Clatronic bei dem günstigen Preis keinen Fehler machen. Die Kunden bewerten den Clatronic DG 3547 Dampfgarer mit 4,8 Sternen. Wenn dir das Video geholfen hat, den perfekten Dampfgarer zu finden, würden wir uns über einen Klick auf Daumen hoch freuen. Die Testfabrik wünscht dir viel Spaß beim gesunden Garen.